Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Gamecards und vieles mehr. Daher MMOGA.de Ich lege mich nicht mehr ganz so durch und möchte wissen... Schwierig zu sagen... Ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu FragVenion-Folge. Ich weiß gar nicht, irgendwas über 20. Ich glaube 22, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. 22 Wochen wäre natürlich schon eine lange Zeit, die jetzt FragVenion existiert. Ja, ich möchte euch auf ein paar Dinge zu Anfang erstmal hinweisen. Punkt 1. Viele Leute haben mich gefragt, wann gehen denn nun die Contest-Geschichten weiter und was sind da so die Preise? Also erstmal, ich habe euch ja am Dienstag alle Contest-Sachen einmal gezeigt. Falls ihr euch die nochmal anschauen wollt, könnt ihr das machen. Ich werde mir in der Jury daraus 5 Stück wählen. Diese 5 Stück, da könnt ihr abstimmen. Und da werden eben Platz 1 bis 5 durch ermittelt. Und ich werde eben alle Preise zusammennehmen. Alle Preise, die zur Verfügung stehen, werden dann eben geschaut. Der erste Platz darf sich dann aussuchen, was er von den 5 Sachen haben will. Alles, was wir überhaben. Also ich werde mindestens einen WLAN-Router auch an die Leute geben, die abstimmen. Ja, weil es muss sich ja irgendwie lohnen, dass man auch dafür abstimmt. Das Ganze wird sich bis zum 19. März, da ist ja unsere erste, wenn im Punkt EU-Radio-Sendung, ich denke, das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Also 19. März, das ist, ach gar nicht, 18. März ist das. Ist ein Freitag. Wahrscheinlich wird die Sendung da sein. Vielleicht werden wir die noch umstellen. Aber irgendwann in dieser Woche auf jeden Fall wird das Ganze losgehen. Und ja, da könnt ihr dann den Gewinner bzw. euren Gewinn auch einstreichen, wenn ihr den mitgemacht habt. Ja, dann einmal habe ich noch wieder eine Sache. Falls ihr euch Rift kaufen wolltet. Ich habe mit dem Michael von MMOGA mal gesprochen und habe gesagt, hey Micha, wir hatten bei Cataclysmus schon so eine tolle Aktion mit Gutscheinen für die Besucher unserer Website. Warum können wir sowas nicht vielleicht auch bei Rift machen? Weil ich weiß ja, es gibt da draußen ein paar Leute, die sich gerne Rift kaufen würden. Er hat sich dann breitschlagen lassen von mir und hat eben einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt. Ich werde auch nochmal in diesem Video einen Link machen, direkt zu MMOGA, zur Rift-Seite. Und auch darunter steht dann der Gutschein, sei es auf YouTube, sei es auf www.vendium.eu. Auf www.vendium.eu müsst ihr allerdings auch weiterlesen geben. Dann in den gleichen Gesprächen haben wir noch eine Möglichkeit gewonnen, etwas zu verlosen an euch. Ja, es ist jetzt leider keine Rift-Voll-Version, aber dennoch auch sehr, sehr cool. Und zwar sind das Dark Spore Beta Keys. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was das für ein Spiel ist. Aber es gibt zwei Dark Spore Beta Keys für alle Leute, die in den Comments auf www.vendium.eu etwas schreiben zu diesem Video. Da schreiben wir sowieso immer jetzt nicht ganz so viele mehr, wenn das Video an sich rauskommt. Aber jeder, der auf www.vendium.eu etwas schreibt, sollte vielleicht seinen Ingame-Namen bzw. wie ich ihn erreichen kann, meinetwegen auf Facebook oder sonst irgendwie, sollte er da einfach einreichen. Dann wird er eben, ja, sein Beta Key direkt von mir. Hier, ich habe die schon, zwei Stück werde ich da auswählen irgendwie, ich denke heute Abend, spätabend, so ab 24 Uhr werde ich dann einfach zwei Leute raussuchen und dort dann die Beta Keys vergeben. Also zwei Dark Spore Beta Keys könnt ihr gewinnen. Ihr könnt Rift für 10% günstiger kaufen. Ich bin mir nicht sicher, es könnte auch sein, dass dieser 10% Key auch für andere Sachen geht, ja. Von daher, probiert es einfach aus, klickt einfach auf den normalen Link. Wäre natürlich schön, wenn der Partner-Link genutzt werden würde, entweder auf der Seite diese Banner nehmen oder eben in der Videobeschreibung ist auch ein Partner-Link. Dann könnt ihr vielleicht euch auch so irgendwas kaufen, falls ihr da was haben wollt, ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr denn überhaupt was braucht im Moment, Game Cards, ne, und vieles mehr und so weiter, ihr wisst schon. Ja, das erstmal, die Informationen zum Gewinnspiel, zum Contest, zu Rift nochmal, ob ich selber Rift spielen werde, wird oft gefragt. Ich habe den Headstart irgendwie, ja, also ich hatte ja letzte Woche einen neuen gebrauchten Wagen bekommen, ein bisschen unangekündigt. Dann war ich erstmal wieder richtig gesund und hatte da einfach viel zu machen. Ich habe dann diverse Leute, ML besucht und zwischendurch ein bisschen Raiden, dies und das. Ihr kennt das, also ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar nicht zu Rift gekommen. Bislang nur irgendwie Level 10 oder so ist mein Schar, wenn überhaupt. Also ich habe wirklich nicht viel gespielt. Ich mag das Spiel zwar, aber ich habe im Moment einfach nicht die Zeit. Aber ich plane dennoch das Spiel durchaus zu spielen. Wir müssen nochmal schauen, Mpox, mit dem müssen wir nochmal reden. Da wollten wir ja auch hinsichtlich einer Community-Gilde was machen. Da werde ich nochmal mit ihm reden, wie weit er da ist, ob er da eventuell die Leitung übernehmen kann. Also ihr könnt euch schon davon ausgehen, wenn ihr euch eben neben, wo wir ein bisschen die Zeit fahren, ja, bringen wollt in Rift, könnt ihr das machen. Auch wahrscheinlich in Abständen eventuell mit mir. Ich möchte es aber nicht versprechen, weil eben, ja, im Moment muss ich erstmal schauen. Gut, kommen wir zu euren Fragen. Sean hat gefragt. Hi, Wendin, eine Frage, die du wahrscheinlich öfter hören wirst. Wie lange, denkst du, wird der PTR online bleiben? Beziehungsweise wann kommt circa der Patch 4.1? Naja, also es ist ja nicht so, also da muss ich auf jeden Fall für orakelen. Jetzt in Erfahrung, äh, der bisherigen Sachen, also wie das bisher so gelaufen ist, würde ich spontan sagen, dass, äh, der Patch mindestens anderthalb, zwei Monate, also irgendwo Ende April rauskommt, ja. Also das würde ich jetzt tippen. Ähm, ob das korrekt ist, kann ich euch natürlich nicht sagen. Das werden wir dann sehen, äh, wenn er denn draußen ist. Aber ich tippe, äh, so auf diesen Zeitraum und, äh, denke auch, dass das, äh, relativ wahrscheinlich ist. Aber, äh, ja, mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Hallo, Venian, mir gefällt deine Arbeit. Äh, hast du bestimmt schon tausendmal gelesen. Nun zu meiner Frage. Äh, Fritz sagt, Fanny, wirst du deine Items aufstellen? Also, wo man was bekommt, zum Beispiel, wo man bestimmtes Mount bekommt oder Legendary. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie umfassend das gemeint ist. Meinst du jetzt mit dem Patch 4.1? Äh, ja, also da wird es auf jeden Fall eine Liste geben. Das habe ich schon, äh, geplant. Das habe ich zu Kataklysm leider nicht mehr, äh, fertig gekriegt. Aber, äh, ich habe da mit, äh, ähm, ja, jemandem hier aus meinem Team, ja, haben wir schon Gespräche geführt, dass wir da sowas auf jeden Fall machen wollen. Dann müssen wir mal gucken, äh, wie wir das genau einbringen. Aber, äh, das ist auf jeden Fall geplant für den nächsten Patch, ja. Christian, Hi, Venian, äh, die Frage, die ich dir stelle, äh, lohnt ELE oder Verstärker nach Patch 4.1? Ich kann es dir nicht sagen, du, keine Ahnung, Christian. Das ist ja eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich selber spiele halt einfach keinen, äh, ELE oder keinen Verstärker und habe auch überhaupt gar keine Ahnung, was in Patch 4.1 mit denen los ist. Das ist dann ein bisschen schwierig. Nussecke oder Torte kann ich dir natürlich beantworten, Nussecke, wenn dann. Äh, Survivor, Hi, Venian, kennst du zufällig eine Webseite, wo man die erste Version von T1 zu sehen gibt? Ich würde meiner Freundin gerne mal die alten Sets zeigen, äh, wo alle Stoffes aussahen wie Sultan. Das war T2, nicht T1. Also vom T2 gab es diese erste Version, ähm, so dass, äh, äh, erst in einem späteren Patch, nachdem die schon eingeführt waren, T2 umgemoddet wurde. Das war, wie gesagt, nicht T1. Und ich würde mal sagen, in irgendwelchen alten Datenbanken könnte es sowas noch geben, was weiß ich, Sotbot oder so, äh, ansonsten einfach mal nachgoogeln. Aber ich habe jetzt persönlich keine Website, weil die nun wirklich nicht toll aussahen. Aber wie gesagt, das war, äh, das T2-Set aus BWL, beziehungsweise was dann bei Ragnaros, Onyxia und so, äh, was ist Onyxia? Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall gab. Und nicht das T1-Set. Äh, Michael, Moinsen, vielleicht kannst du mir helfen, könntest du auf dem PTR noch nicht rausfinden. Kann man wieder Ruf für Zandalari farmen? Äh, kann ich dir noch nicht sagen. Äh, das ist einfach so ein bisschen, äh, eine Sache, die dauert, ja, das wird man ja später sehen, was genau man da machen kann mit Ruf, etc. Äh, gruße bitte meine alte Utopieläutchen von Good Old Tichondrius. Äh, Eidless, wann kommt mal was Neues auf die Zeit? Da, Seite, FragVenion ist schon ziemlich ausgelutscht. Eidless, Eidless, sag ich dir mal so, ne? Äh, guckst du nicht so richtig auf die Seite? Bist du nicht so oft da? Also, ist ja nicht so, dass nicht jeden Tag etwas Neues auf dieser Seite, äh, ne, gibt. FragVenion ist halt eine der Sachen, die es hier gibt. Es gibt den Podcast, es gibt FragVenion, es gibt im Moment noch, äh, immer den Contest, es gibt, äh, Sachen von Mpox. Als nächstes, äh, kommt wieder ein Fremdgezockteil, dann gibt's noch ein Add-on, äh, Teil, noch ein weiterer Fremdgezockteil sind geplant, kann ich euch sagen. Es gibt die Radiosendung von Vanim.eu, die ist ganz neu, ähm, die feiert Premiere bald. Und es gibt, äh, ja, diverse andere Sachen, also, äh, Guides hier und da von Grain zum Beispiel, der macht ja, äh, einige Sachen, da ist auch, äh, schon seit längerem bei mir was hier in der Mache. Ich hab's nur noch nicht geschafft, äh, mit meinem Techniker das Ganze zu, äh, releasen, also, ich weiß ja nicht. Es gibt die PTR-Watches, die sind immer wieder neu, äh, von daher ist mir jetzt unklar, wie du darauf kommst, dass es hier nichts Neues gibt. Und, ähm, ob FragVenien ausgelutscht ist, ist natürlich so die, äh, Geschichte, ne? Manch einer mag das so sehen, manch anderer vielleicht nicht. Übrigens ist die erste FragVenien-Folge, die es auch, ähm, als MP3 gibt. Ähm, von daher, da muss ich zwar noch gleich mal schauen, also im Moment noch nicht bei iTunes, aber als MP3, äh, zu iTunes wird's dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche oder so den Weg finden. Das werde ich dann nochmal präsentieren. Ja, also, tut mir leid, dass es für dich nicht zu viel, äh, oder genug Neues gibt, aber ich denke, es gibt hier schon einiges Neues, äh, es sind auch noch weitere neue Sachen geplant. Nicht alles kann sofort rauskommen. Äh, Grezo, ich bin der, wo die immer komische Fragen in Facebook stellt. Na, egal, meine Frage ist, ob du Privatserver kennst, bei dem es schon Cutter gibt. Keine Ahnung, ich, ähm, spiele einfach nicht auf Privatservern. Äh, ich kann mir offiziellen Servern nicht leisten. Hm, okay. Also, es sind 13 Euro im Monat, aber, äh, das kann natürlich mir trotzdem mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich das eventuell nicht, äh, gut leisten können. Äh, von daher, ja, keine Ahnung. Leider weiß ich das nicht. Äh, wird es eine Funktion geben, mit der man die Chars bei der Übersicht sortieren kann, wäre echt eine super Funktion. Du meinst, äh, auf den Live-Servern, ja, also, ob man die da sortieren kann, keine Ahnung, habe ich bisher noch gar nichts drüber gelesen. Äh, Fan hoch 3, Spitzenklasse, ich muss hier noch immer hochschreiben, hörst du immer wieder, ja, danke. Wird M-Pox das Add-on-Special Teil 2 bald rausbringen? Also, eigentlich war das als nächstes geplant. M-Pox hat jetzt nur ein anderes, äh, Fremdgezock-Game, was er zuerst angehen wird, ja, ähm, von daher, leider, äh, erst später, ja. Ähm, Rambo. Boyn-Venion wollte nur mal wissen, was du glaubst, wie lange es WoW noch geben wird. Ein paar Jahre auf jeden Fall. Irgendwann wird natürlich Schluss sein, aber 3, 4 Jahre auf jeden Fall. N-Poom. Hi-Venion, glaubst du, dass eine zweite Raid-Instanz mit dem Patch 4.1 kommen wird? Die Kollegen vom Buff sind schon erstaunlich sicher mit. Äh, was genau denken die denn? Also, ich... Könnte sein, aber ich glaub eher nicht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, äh, eher nicht, dass es eine zweite Raid-Instanz gibt. Aber, pff, man weiß nie. Also, wenn, dann wird es irgendwas Trolliges sein, ja. Was hältst du davon, dass die Kars einen Battle-Rest bekommen sollen? Ja, also, ich hab das natürlich auch gelesen. Ich, äh, find das aber auch gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Man wollte den Battle-Rest halt ein bisschen spreaden. Ist nur natürlich, wenn man so, äh, überlegt, was, ähm, ja, andere, äh, Buffs und Debuffs und so weiter gespreadet wurden. Von daher find ich das nicht schlimm, dass sie das mit dem Battle-Rest auch gemacht haben. Und ich find das sogar irgendwie ganz logisch, dass Todesritter, äh, sowas machen können, hat, äh, eine gewisse Logik. Natürlich ärgern sich irgendwelche Heile, dass sie's nicht können, aber naja. Äh, Michael, äh, ich bin noch ziemlicher Anfänger. Hast du vielleicht, äh, irgendwelche Ratschläge, wie man gut und schnell Items bekommt für Level 85? Äh, nein. Einfach Instanzen gehen ist das, äh, einzige, wie man schnell an, äh, gute Items bekommt, ja. Fünfer Normal-Instanzen, Fünfer-Hirurg-Instanzen und dann in Rates. Das ist halt einfach the way to go. Und, ähm, nebenbei gibt's eben noch Ruf, ja. Also, dass du einen bestimmten Ruf erreichen musst für irgendwelche Items, dass du eben, äh, die, die herstellen kannst. Das geht ja auch, äh, Cal, XXX, irgendwas, ach, keine Ahnung. Äh, mich würde interessieren, ob's überhaupt noch WoW Items für 3.3.5 gibt, weil bei Curse und Buff gibt's so wie, keine Ahnung sonst mehr. Äh, 3.3.5. Warum sollte man denn, äh, 3.3.5 WoW Items nutzen wollen? Ich hab keine Ahnung, du. Also, keine Ahnung. Äh, hab mich auch nicht mit beschäftigt. Der Nickname-Lose. Hi, Venian. Kann ich dich eigentlich irgendwo ein Bild von mir sehen? Ja, in meinem originalen Facebook-Profil. Ich hoffe, du musst wieder lachen. Wenn du die Wahl hättest, würdest du dich lieber von Max DeVinius oder vom weichen Bananenbrot ernähren. Du musst das nur für den Rest deines Lebens essen. Aha. Gar nichts von beiden, tut mir leid. Dann verhungere ich lieber elendig. Ich mag keinen Krautsalat und kein Bananenbrot. Und wenn, dann wahrscheinlich den Max DeVinius, wo ich dann den Krautsalat runternehmen würde. Mephisto, ich hatte da ein paar Fragen. Wie schätzt du die Leistung Blizzards mit Patch 4.1 ein? Denkst du, das wird ein gelungener Patch? Oder siehst du wieder einen Null-Bock-Tour durch, wenn man Solaman erkennen kann? Ähm, also, ich hab eigentlich jetzt nicht direkt eine Null-Bock-Tour in Solaman gemacht. Solaman ist ja nur eine Fünferinstanz, von der ich im Moment enttäuscht bin. Aber wir sind in einem frühen Patch-Stadium. Und da kann durchaus noch eine Veränderung kommen. Ohne, dass Solaman jetzt so bleiben muss. Also, seh ich zumindest so. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wie schätzt du den Raid-Content in 4.1 ein? Ich weiß, du hast keinen Raid noch nicht einmal von innen gesehen. Aber denkst du, dass der Content wird einfacher oder schwerer? Ich denke, wir werden es auf dem Niveau halten, hoffe ich. Ähm, wärst du von der Möglichkeit, dass in den folgenden Patches in KTC-Tun wieder auferstehen wird? Ich finde das durchaus wahrscheinlich, wenn man sich mal das Gebiet Akku anschaut. Wie siehst du das? Also, fände ich nicht so schlimm, solange man es hält wie bei Nefarian. Zu Rift, äh, was ich so mitbekommen habe und kombiniere mich, wenn ich mich irre. Hattest du wirklich, äh, nicht wirklich Zeit für ein Headset? Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich kaufe es mir wahrscheinlich nicht direkt. Aber danach schon, wenn ich eben, ja, ein bisschen mehr Luft habe. Äh, ich kann jetzt halt einfach durch das Auto, äh, was ich jetzt wieder habe. Nach ein paar Monaten, äh, ohne Auto, äh, kann ich so ein paar Leute auch teilweise besuchen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Und das mache ich dann teilweise in meiner Freizeit lieber, als im Moment Rift spielen. Danke für deine Zeit und den Aufwand, äh, den du hier investierst. Gerne, gerne. Devcore, hi, wenn ihr zu meinen Fragen. Was denkst du über die neuen Heroes? Wirst du auch wieder Guides über Heroes machen, so wie zu den anderen? Ich denke schon. Wird das nächste Add-on wirklich über den Smaragrum-Traum handeln? Könnte sein. Blöde Frage, die E. Die alten Götter haben eine Neltarion verdorben, damit er sie befreit. Passiert das noch? Wir werden sehen, ja, wir werden sehen. Mal gucken, kann ich nicht sagen. Äh, Sipi, warum wurden die Kräfte von einem Titanen in zwei geteilt? Den Schamanen und Ruinen, äh, ob das jetzt so ist? Was das Schamanen und Ruinen ist? Aber, äh, ich meinte damit eher beim letzten Mal, dass halt, äh, Eonar, glaube ich, äh, die Kräfte, wenn das der Titan war, kann auch jetzt ein anderer Name sein, das ist auch egal. Jedenfalls hat sie die Kräfte eben an Alex Strasia und auch an, äh, ihre Schwester, äh, gegeben. Und, ja, so, Fischkopf, was glaubst du, wird, äh, wann glaubst du, wird Notstormo sterben? Ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich weiß er das, weil er ist ja der Herr über der Zeit, von daher kann er sowas sehen, vermutlich in die Zukunft, ja. Ja, im MeToo verfolgen die Titanen den verdorbenen Titan Sargas noch, äh, der ist ja meines Wissens nach, wahrscheinlich denken das auch viele, tot, äh, seine Seele schwirrt irgendwo rum, äh, von daher glaube ich nicht, dass die den verfolgen, aber müsstest du vielleicht mal die Titanen fragen. Ja, tut mir leid. Benutzer haben mehrere Namen, um dich zu verwirren, äh, wird der Zirkus, äh, in Uldum 4, mit 4.1 kommen? Hä? Wird der Zirkus in Uldum mit 4.1 kommen? Was für ein Zirkus in Uldum? Da soll ein Zirkus kommen? Naja, keine Ahnung. Äh, kennst du die Allianz-Gilde Lost Souls? Nein. Jutrom, moin moin. Äh, ich hatte dich letztens gefragt, ob du, äh, für bessere Racial Abilities einen Rage Change machen würdest und du hast mir fast meine Abnahme verneint. Jetzt hast du es doch gemacht. Hast du plötzlich im Lotto gewonnen oder woher der Sinnes wandelt? Es ist halt, äh, so, dass ich halt eigentlich, äh, nie geplant hatte, Beastmaster, also Tierherrschaftshunter zu spielen. Äh, jetzt bin ich im Moment auf dieser Spec und diese Spec, äh, profitiert einfach von der Org Racial, äh, enorm, ja, also, äh, das ist halt doch sehr viel und ich konnte für mich persönlich, äh, das einfach dann nicht, ähm, also auch wenn ich, äh, andere, also ich mag zum Beispiel wesentlich lieber Untote, Blutelfen, äh, Goblins, aber ich konnte halt für mich persönlich das nicht rechtfertigen vor mir, ja, äh, und daher hab ich dann den Rage Change gemacht, also ich wurde auch nicht von meiner Gilde, äh, genötigt, die waren genauso überrascht wie ihr, sondern hab das, äh, ja, ganz freiwillig, ähm, gemacht. Ja, ähm, Hivenians fragt Delta Sus oder so, äh, meine Frage wirst du wahrscheinlich schon oft gestellt bekommen haben, was arbeitest du beziehungsweise hast du gerade beruflich Projekte? Äh, ähm, ich hatte das auch schon öfter gesagt, dass ich im Moment, äh, relativ viel unterbrochen habe, um hier hauptsächlich an meiner Website zu arbeiten, äh, allerdings, ähm, werde ich oder mache ich, äh, eine Weiterbildung noch in meinem Beruf, äh, also ich bin halt, äh, oder habe Sozialarbeit, äh, studiert und will dann natürlich auch auf jeden Fall, äh, weiter drin arbeiten, da ich das sehr gerne mache, also ich hab, äh, das öfter schon in Kinderheimen zum Beispiel gearbeitet, in Kindertagesgruppen, in so richtigen, äh, Wohngruppen und das mache ich einfach sehr, sehr gerne und will das auf jeden Fall auch, äh, weitermachen natürlich. Aber im Moment, äh, stelle ich mich halt vor allen Dingen, zumindest für eine Zeit, ja, ewig geht das leider nicht, weil so viel Geld habe ich auch nicht, äh, gespart, aber will ich mich auf jeden Fall hier mit, äh, beschäftigen und will versuchen, meine Website so ein bisschen größer, besser, toller, äh, überhaupt zu machen, ja, und da braucht man natürlich an einigen Stellen ein bisschen mehr Zeit. HDR oder Star Wars fragt er noch, kann man überhaupt nicht vergleichen, deswegen möchte ich mich damit nicht entscheiden. Sora, hey, lieber Venen, super Arbeit. Was würdest du cooler finden, am Ende von Cataclysm Deathring zu töten oder ihn reinigen, damit er wieder zu einem Aspekt wird, also zum Aspekt der Erde und nicht des Todes, äh, töten, töten, ja, so, zerfetzen und auf! Weil, äh, ich glaube nicht, dass, äh, Deathring noch gereinigt werden kann, von daher müssen wir ihn, äh, leider auf jeden Fall töten. Tut mir leid. Äh, Pizza, Döner oder was vom Asiaten? Äh, alles drei, durchaus lecker. Äh, heute persönlich würde ich was vom Asiaten bevorzugen, mittags. So, gebratene Nudeln hätten was. Äh, Sastlamurai. Hi, Venen, super Arbeit, die du hier leistet, ich bin ein großer Fan von dir. Meine Frage, wie Paragon der Fahrer exploitet hat, das waren irgendwas mit Elf Druiden. Aber ich habe nicht mitbekommen, wie sie es genau gemacht haben. Es gab da eine Fähigkeit, lieber, äh, Last Samurai, die wurde, äh, abused. Und zwar hat man, wenn man übernommen wurde, mit, äh, Rip unnatürlich viel Schaden gemacht, also irgendwas aufschlitzen, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, von daher, ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen, äh, wie das genau funktioniert hat, aber eben eine Fähigkeit von Feral Druiden, mit dem sogar blau-grüne, äh, Feral Druiden mehr Schaden gemacht haben, als es, äh, ja, andere Chars mit Epic Gear gemacht haben. Äh, Tokra, kostet Rift wie WoW monatlich Geld oder nur einmalig beim Kauf? Sowohl als auch Tokra. Monatlich und einmalig beim Kauf. Zullo, Hivenian, findest du auch, dass die neuen Flugmounds erstens sehr an den Pokémon Lavados erinnern, zweitens, wie Protodrachen bewegen? Äh, über die Bewegung habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, egal, Lavados, ich erinnere mich nur dunkel daran, äh, denke, die Haltung zum Anfang des Videos auf MMO-Champion zeigt deutlich, dass das Model dasselbe nur mit einer neuen Ummantelung ist. Ja, das kann schon sein. Äh, habe ich schon öfter mal gehört von Leuten. Snooey, Hivenian, danke für die ganze Arbeit und Mühe. Welche Klasse und Rasse würdest du, würde dieser Promi spielen? Oliver Pocher. Oliver Pocher. Nen Gnom. Ja, irgendein Gnom. Sido, keine Ahnung. Ich mag Sido nicht, nein, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts gegen Sido. Also, würde einen Taurin spielen, Stefan Raab, hatte ich doch schon mal, der würde einen Zwerg spielen und, äh, Paladin natürlich. Oder Warrior wahrscheinlich, das ist so eine Kampfsau, ja. Oliver Pocher, irgendwas, äh, wo er sich zurückhalten kann. Äh, wie findest du das DLK? Ein Battleress bekommen, habe ich schon gemacht. Jonas. Meine Frage bezieht sich auf Schlacht zu Kessel. Vor allem den kleinen Kessel, was das? So, ah, jetzt weiß ich was für ein Kessel. Soweit mir bekannt ist, gilt der Kessel als seriengebunden und verschwindet, nachdem man länger als 15 Minuten offline ist. Nicht der Kessel verschwindet, sondern, äh, die Flaske daraus. Ja, also der Kessel bleibt so lange, wie du möchtest. Kann jeder aus dem Raid eine Flaske entnehmen und, oder muss der Spieler auch Mitglied der gleichen Gilde sein? Also, das kann, glaube ich, jeder aus dem Raid, ne, aber da wir, äh, das nie ausprobiert haben mit anderen Leuten aus anderen Gilden, weiß ich das gar nicht. Aber, äh, ich würde jetzt mal tippen, dass die jeder aus dem Raid nehmen kann. Ähm, du kannst theoretisch auch mehr wie eine nehmen. Zwei, wenn du nämlich die erste, die du raushimmst, trinkst, und dann kannst du nur eine in deine Tasche nehmen. Das ginge. Äh, Torsok, hallo, wenn ihr in der letzten Folge hast du Altschara beschrieben, ich hätte sie anders beschrieben, nämlich als machtgeile Elfenschlampe, die beim Thema Dämonen in der Schule nicht aufgepasst hat und das wollte ich nur mal loswerden. So, nun zu meiner Frage, du hast übrigens recht, äh, da Ragnaros Beine bekommen hat, frage ich mich, warum, äh, Neptulon, Alakir, äh, nicht, weißt du warum? Nein. Heute von mir keine Frage von Rob, danke für deine Arbeit. Lazarus, hallo, wenn ihr, äh, da ich mich dazu entschlossen habe, das mit dem Leading beim Raid für unsere Gilde auszuprobieren, wollte ich fragen, ob mir einer ein paar Tipps bezüglich Raidleitung geben könnte, ob allgemein sinnvoll Let-ons oder, ja, Phoenix-Style würde ich dir empfehlen, äh, das ist so ein Let-on, da kann man immer die Fails von anderen Leuten nachgucken, äh, das ist auf jeden Fall das, was ich, ähm, ja. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass mein Let-on Tagesscherms nicht einwandfrei funktioniert. Wenn ich World Marker setzen möchte, kommt eine Fehlermeldung, äh, musst du nur ein Reload UI machen, würde nicht einmal frei funktionieren. Ich könnte dieses deaktivieren und das Problem ignorieren. Hierbei verstehe ich nicht so ganz, äh, was Power-Auras mit, äh, Target-Champs zu tun hat, ich weiß auch nicht, aber du musst einfach nur einmal kurz ein Reload UI machen, dann funktioniert auch, äh, Target-Champs wieder, ist hier dieses mit dem World Marker ansetzen, ja. Also, gar kein Problem, nur einmal ein, äh, Reload UI. 3. Antrax, äh, nützt es einem etwas, einen Gillen-Wappenrock im Inventar zu haben, beziehungsweise ihn anzuziehen? Im Moment nicht. Nils, hi, Venian, ich habe zwei Fragen. Die erste ist für 2015, ist, äh, von Blizzard das neue MMO geplant, äh, richtig Projekt Titan. Also kann sein, dass es 2015 war. Glaubst du, dass sich Blizzard sein eigenes Spiel, also World of Warcraft, kaputt macht, oder wie siehst du das? Naja, irgendwann ist es halt mal zu Ende und 2015 ist, denke ich, eine gute Zeit. Meine zweite Frage, was denkst du über Diablo 3 für Konsole? Ich glaube nicht, dass es kommt, oder? Bleibt erstmal nur am PC. Und bisher hat Blizzard auch nur für den PC produziert, aber kann natürlich sein. Los, äh, als sicher, äh, also sicher machst du mit deinem Hunter schön Schaden, aber wie ich habe, aber ich habe einen und mache es kaum. Kannst du mir die Reihenfolge der Attacken sagen? Ja, schau dir doch nochmal vielleicht das, äh, den Hunter-Guide an. Da wurde eigentlich alles dazu gesagt. Hendrik, hast du deine Gillen-Leute schon mal versucht, äh, dazu zu überzeugen, mit dir auf dem PTR die neuen Inits zu machen? Ja, das machen wir schon, äh, wenn wir dazu die Zeit haben. Und bitte fragt die Klasse, Schurke. Ja, das kommt noch weiter, ich bin auch echt, äh, es tut mir echt leid, wie, wie, wie sehr ich das schon rausgezugert habe, äh, ja, aber ich werde mich drum kümmern. Fragt die Klasse steht auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste. Entschuldigung. Äh, wann wird Xass endlich in der WoW-Nacht teilnehmen? Er hat ja schon an der WoW-Nacht teilgenommen, also von daher, äh, lieber, äh, Apfel-Mojo, ist das jetzt ja nicht so, als hätte das noch nie. Denkst du, dass Blitz einen LFG-Browser abschaffen wird? Nein. Drittens, glaubst du, dass du den unglaublichen guten und sexy Captain's Walls eines Tages bezwingen wirst? Naja, die Voraussetzungen sind ja einfach anders, äh, von daher, denke ich schon, wenn die Voraussetzungen gleich sind. Windfury. Hallo, mich würde mal interessieren, was du noch so mit deiner Website vorhast. Einiges. Also, was deine nächsten Projekte sind und wie du die Zukunft von WoW vorstellst. Denkst du, dass WoW noch lange gut läuft? Also, erstmal meine Website, die wird auf jeden Fall in der kompletten Überarbeitung bald mal standhalten müssen. Einige Anpassungen, Verbesserungen, äh, da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird gut werden. Und ansonsten, ähm, ja, äh, der Rest, die Zukunft von WoW, wir müssen mal schauen. Also, da ist jetzt irgendwie so ein Thema, da könnte man ja stundenlang zu referieren, ja. Äh, Gunderich. Servus, Venian. Wollte mal fragen, ob du schon weißt, wann dein Arena-Special stattfindet und du noch die richtigen Personen gefunden hast. Naja, das ist halt, äh, nicht ganz so einfach, finde ich. Also, ich hab da einfach nicht so viel Ahnung selber auch von und ich denke, das ist einer der Gründe, äh, warum wir es bisher noch nicht gemacht haben. Äh, Galehort fragt, welche die fünf Götter sind. Äh, und er möchte ein Kind von mir, ja, das ist aber nett von dir. Äh, jedenfalls, nein, äh, ich kann dir nicht die Namen aller fünf Götter nennen. Äh, Zitun und Jogsaron wissen wir natürlich, sind zwei. Ein weiterer Name wurde auf der BlizzCon bekannt gegeben, den ich aber vergessen hab. Und zwei Namen weiß man einfach nicht. Der Damage-Dealer. Hi, wenn du denn erstmal super Arbeit, bla bla bla. Wann kommt Frag den Jäger, hab ich gerade schon gesagt. Bald, bald, bald. Meine Gilde, äh, Hordorama startet mit dem aktuellen Content. Also, falls jemand Interesse an einer Stanggruppe habt, meldet euch bei ihm auf Malorn. King Nothing, würdest dich nerven, wenn ich dich stalke, ja. Äh, also, wenn du mir hier auf der Straße immer hinterher rennst oder hinterher fährst, ja. Äh, Orki, wann kommt eigentlich Frag den Hunter hier, hab ich schon beantwortet. Äh, warum ich von Blutelf zu Ork gegangen bin, hab ich auch schon beantwortet. Äh, Herr, wenn denn eine Frage, die nichts mit VW zu tun hat. Was denn liebt der How I Met Your Mother Charakter und wieso. Also, ich finde natürlich, äh, viele Charaktere da. Äh, gut, ob jetzt Lily oder Barney oder ach, was weiß ich, aber Barney ist schon wahrscheinlich mein Lieblingscharakter, ne. Der hat halt einfach coole Auftritte und, äh, ja. Der Schauspieler spielt es einfach auch super, ja. Also, ist einfach klasse. Ja, Flavio sagt mir, hi, Venian, sag ich auch mal, hi, Flavio. Äh, Juna, meine Frage, könntest du dir, äh, den Kampfmagier als nächster Hellen-Klasse vorstellen? Ja, könnte ich mir vorstellen, aber ob das, äh, so sein wird, ich denke, das muss auch einfach, äh, ins Thema des Set-Ons passen, wie zum Beispiel beim Todesritter, ja. Äh, Onyx Saurel, hi, Venian, du spielst ja auch Hunter. Ich würde gerne mal was fragen, und zwar zum Chogal-Kampf, weißt du zufällig, ob das Überlebenstalent Einfangen auch bei dem Blut des alten Gottes hilft? Ja, tut's. Die reagieren darauf. Ach, und by the way, wir fahren nach Berlin. Yeah, Schalke fährt nach Berlin. Ist natürlich eine klasse Sache, ähm, ja, ich hab mich sehr gefreut. Ist für uns ganz wichtig. Tut mir leid an alle Bayern-Fans da draußen, aber ist eben einer der letzten Wege wahrscheinlich nach, äh, Europa. Von daher finde ich das rein finanziell schon eine gute Sache. Zack, erstens, wieso ist Steve Berger back und wieso wurde er entfernt? Ähm, ja, wie gesagt, da wurden halt Bots dran versucht von anderen Leuten, nicht von Steve. Und die wollten ihn halt aus dem Wettbewerb drängen und die haben's dann letztlich geschafft. Und deswegen wurde er eben von McDonalds rausgeworfen. Zweiten Gutenberg ist zurückgetreten. Da wahrscheinlich der Druck wegen der Plagianten groß war, findest du scheiße, dass er zurückgetreten ist oder nicht? Also, ich, okay, ich, äh, werde meine Meinung kurz dazu äußern. Ist natürlich ein nerviges Thema an einigen Stellen, weil man damit eben, äh, ja, überall mit, äh, zugeworfen wird. Also wahrscheinlich die Leute, die das nicht interessiert, sollten jetzt ein bis drei Minuten nach vorne spulen. Also ich denke schon, dass es eine gute Sache war, dass er zurückgetreten ist. Und zwar aus, ähm, mehreren Gründen. Zum einen, ähm, ist Herr zu Gutenberg, hat er eben was Falsches gemacht, ja. Also darüber, äh, wollen wir uns jetzt mal nicht streiten. Und das war auch jetzt nicht irgendwie, äh, was wie, äh, ne, ein Kavaliersdelikt, also irgendwas Kleines. Sondern er hat da schon was richtig Großes falsch gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Daher denke ich, dass eben eine Person in, äh, so einem öffentlichen Amt, so einem repräsentativen Amt, wie einem Ministerposten, äh, in der Bundesrepublik Deutschland, äh, dafür auch die Konsequenzen tragen sollte. Genauso auch wie andere Leute, ja. Also, äh, ich finde nicht, dass er da jetzt irgendwie, nur weil er vielleicht ein toller Verteidigungsminister ist. Und mir auch, äh, durchaus sympathisch war als Minister. Mit Sicherheit auch sympathischer als manch anderer Minister, ähm, Ähm, dass das jetzt der Grund sein sollte, warum sein, äh, ja, seine, ja, Verstraftat, könnte man ja sagen, äh, seine wissenschaftliche Straftat, äh, hier dann keine Beachtung finden sollte, ja. Ähm, natürlich mag das sein, dass er, äh, ein toller Minister war. Und natürlich war er vielleicht ein, äh, wirklich wichtiger Minister. Aber nichtsdestotrotz war er eben einfach nur ein Minister und mit Sicherheit nicht irgendein Heilsbringer oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich ihn jetzt mit Sicherheit nicht all so wichtig für, äh, die Bundesrepublik Deutschland, dass wir auf ihn nicht verzichten können, ja. Also, das ist erstmal meine Meinung, äh, dass er auf jeden Fall vernünftig zurückgetreten ist. Was mich total nervt, sind diese ganzen Leute, die sagen, ja, aber wir haben doch wirklich Wichtigeres in Deutschland als hier, äh, sowas, ja. Ja, ey, da werden wir doch jetzt hier nicht, ne, äh, darüber diskutieren. Ja, das mag ja sein, dass wir wichtigere Sachen haben darüber. Und ich kann ja auch zustimmen, ja, dass Leute, äh, wirklich sagen, hey, äh, das muss nicht, äh, die ganze, äh, ja, Diskussionspalette, also es muss nicht nur über den Rücktritt, beziehungsweise über, äh, Minister zu Guttenberg, äh, berichtet werden. Gebe ich vollkommen recht. Aber dennoch kann es nicht das Argument sein, dass irgendwer in Afghanistan stirbt oder dass sonst irgendwas Schlimmes passiert, dass man nicht mehr über dieses Fehlverhalten redet, ja. Wir sind ja hier nicht in, äh, irgendwie, äh, einer Republik, äh, in der man, äh, einfach sagt, ja, nee, aber, ähm, darüber wollen wir jetzt mal nicht mehr reden. Wir reden doch jetzt mal darüber, ja. Äh, natürlich, ohne Frage ist das eine, äh, Geschichte von Oppositionen, die da jetzt auch hin, äh, drauf rumreiten. Aber, wie gesagt, also meiner Meinung nach richtig, dass er zurückgetreten ist, wird aber nicht das Ende seiner politischen Laufbahn sein. Und damit habe ich auch kein Problem, wenn er in ein paar Jahren wieder, äh, irgendwie politisch aktiv ist. Ich finde, wie gesagt, keinen, äh, schlechten Minister. Nur die Konsequenz muss er da einfach draus tragen und vielleicht lernen, dass er sich nicht, ähm, ja, für Geld, äh, alles kaufen kann, beziehungsweise sonst irgendwas, ja. Weil da, äh, bin ich einfach der Meinung, das, ähm, muss einfach Konsequenzen haben, die er, die er auch gezogen hat. Finde ich auch gut, dass er das gemacht hat. Andere Leute, ähm, ja, haben ihm ja diese Konsequenzen offensichtlich nicht, äh, angerechnet, weil sie eben von seiner Popularität, äh, profitieren wollten. So, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal darüber geredet habe. Aber ich weiß, viele Leute hat das genervt und ich möchte auch gar keine große Diskussion machen, sondern, ja, was weiß ich. Wird Blizzard den Hunter aus irgendwelchen nicht erklärbaren Gründen aus, wie er wir entfernen? Was für eine Klasse würdest du dann als Manger spielen? Natürlich Druide, ist doch klar, oder? So, die nächste, äh, Seite. Sado Colombe. Hi, Venian. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ja, auf jeden Fall besser. Wollte wissen, ob du etwas über, äh, Titans gibt und bekannt ist, wann Diablo 3 erscheinen wird. Naja, Diablo 3 war schlicht irgendwann Ende. Äh, dieses Anfang nächsten Jahres. Ähm, ich werde es auf jeden Fall anspielen. Ähm, das ist schon interessant. Titan, äh, habe ich hier keine Ahnung von was Neuem. Äh, und Grüße natürlich auch in die Domstadt Köln. Al-Koi. Hi, Venian. Wie stehst du zum Karneval? Äh, ich bin nicht dabei und bin auch nicht verkleidet. Muffel würde ich nicht sagen, aber ist es halt nichts, was mir irgendwie was gibt. Ja, aber, äh, Allah, Felau, äh, Fasching. Viel Spaß dabei. Allen Leuten, die das feiern, auf jeden Fall. Heute, ja, Weiberfassnacht, ne? Äh, Diru. Hi, Venian. Was glaubst du, wird wohl die nächste Heldenklasse sein? Ich habe keine Ahnung. Dämonenjäger. Äh, es kommt einfach auf das Head-On an. Und dann kann man das sagen, äh, schauen wir einfach mal, ja. Haudensack. Äh, hallo, aber kurz bei MMO über das neue Gildensuche-Ding jetzt da gelesen. Wollte fragen, was eigentlich genau sein soll. Ja, das soll halt, äh, die Möglichkeit geben, wie wir im Podcast schon erwähnt haben, dass man eben, ja, so eine Art, äh, LFG-Tool, äh, für Gilden hat. Dass man da sagen kann, ich bin das und das suche eine Gilde, die das und das will. Und, äh, wir werden uns das auch nochmal genau anschauen im PTR-Watch, aber dann muss das erst ein bisschen weiter, äh, vorausgeschritten sein, ja. Ähm, Tobias, Hi, Venian, mal wieder. Mit wie viel FPS nimmst du Fraps auch? Äh, im Moment sind es, glaube ich, irgendwie 18, 19 oder so, aber im Normalfall über 20. Äh, und was hast du bei X-Boot eingestellt? Also, das ist zu viel jetzt hier. Die Frage, ähm, ich habe 1920x1080, äh, ne? Und von daher, keine Ahnung. Nein, ich bin nicht mehr wirklich krank, nein. Kommt Helmut Nestingwary noch in Kataklysm? Ich denke, nicht. Ich denke, diesmal sind wir ihn quasi, ähm, endgültig los, ja. Naja, liebe Leute da draußen, das war, äh, schon fast wieder die, äh, heutige Ausgabe von Frag Venian, auch als MP3. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das dann wohl den, äh, YouTube-Zahlen schaden wird, aber mal schauen. Und, äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, es war interessant für euch, äh, ich denke, wieder mal ein bisschen kürzer, da ich ja einige Fragen einfach auch übergehen konnte, beziehungsweise die Fragen nicht so groß waren, andere Sachen konnte man nicht beantworten. Ich, äh, ja, danke euch fürs, äh, Zuschauen, äh, Zuhören, wie auch immer. Und, äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr, ja, meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet, wenn, äh, das Ganze zu iTunes kommt, wenn ihr es dort dann abonnieren könntet, ja. Im Moment ist es noch nicht da, aber, naja, es wird noch werden. Gut, dann danke ich euch vielmals und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Wenjen. Ich lege mich nicht mehr ganz so durch und möchte wissen, oh, schwierig zu sagen.